Weihnachten, Weihnachten, das ist das Fest der Liebe. Gemütlich über den Weihnachtsmarkt schlendern. Ein oder zwei, drei Glas Glühwein. Mandelduft, Kerzenduft und dann die verschiedenen Höhle. Zusammen zu Hause bei Kerzenschein mit Freunden sitzen. So wie es früher war. Warum sollte man das nicht heute auch mal so machen? Und nicht überlegen, was sollen wir schenken? Ne, ein persönliches Geschenk ist schöner. Eine Karte, einen Brief mit lieben Worten drin. Eine WhatsApp, ein Facebook-Gruß mit einem Video dazu. So einfach ist das. Wir wünschen euch, den Facebook-Freunden und deinen Lieben, eine gesegnete, schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal.